Bevor wir dem Rhabarber wieder für eine Weile Lebewohl sagen müssen, naschen wir nochmal eine ordentliche Portion. Am allerliebsten in Form von Streuselkuchen. Denn einem Streuselkuchen kann kaum jemand widerstehen. Außerdem erfreuen wir Sie noch mit einer kühlen Rhabarberüberraschung. Kochen mit Anixe. Gummans schnelle Küche. Montags um 20.45 Uhr auf Anixe Plus.